hallo liebe freunde herzlich willkommen auf team holzbein und kankern tv hier ein weiteres let's fail wir spielen killing floor, folg ist dabei, fuß dabei, die ganze banausen-bande meinst du? doch dafür sorge ich schon oh ein flashbound machen kaputt schaffe ich schaffe ich schaffe ich da bin da ja auch drauf ich sollte mal nicht so viel mit der a12 rumsprayen und mal hsg da kommt ein scrake, ne er ist ein bloat, ok ja ich habe nichts zu tun ist nichts los ich guck mal ob ich die aufnehmen kann geh mal hin ich glaube die braucht 5 slots naja ich hab ich hab 17 von 24 also haben wir können noch hinter dir vielleicht kann ich die erfolg schenken ich hab schon dm4 na warte ich bring sie den mal hin vielleicht kann sie ertragen ich glaub nicht ich bin jetzt der, ist das Affe mit Waffe, Affe mit Waffe ja ich komm schon warte schafft das oder nicht? oder Hilfe? warte mal ich geb sie mir jetzt erstmal die Waffe hier muss mal gucken ob du sie nehmen kannst, sie liegt auf jeden Fall hinter dir ja ich hab sie aufgenommen oh sind zwei ne? ne ich verkaufe du hast ihn wieder sauer gemacht, aber ey guck mal du hast ihn tot gemacht ne? ich hoffe wie so ein Munitionspaket, mein M14 leer ich glaub da unten lag eins wo ich unten war unten liegt sicher eins ja hab ich doch richtig gesehen ach der ist so nah so ist mir aber ja lass den trailer gehen ja fp echt? ja hink doll shit, ich mach ihn kaputt so nice ey das ist voll unvorstellbar ich spiel hier immer No Scope bei bei Killing Floor Astrid muss hier lang dann bin ich anvisieren scheiße da sieht man mal kommen was hm kommt drauf an stimmt das Iron Sight anvisieren ist ziemlich schwer dann zu zählen aber Crossbow ist zum Beispiel fein ja manchmal hab ich dann so nen Bug da da siehst du dein Bus ganz klein dieses Visier ja ja du kannst es verteilen an die Arme und bedürfen dich wir können hier bleiben ja ja wir sind doch zwei ja wir sind doch zwei nicht zu weit zu verteidigen hier mh ich hab' ihn mal schon nicht einaticsき viel ähnlich Demo fast dort nah kommt hier einer ICE echt? kommt hier einer? zwei zwei sogar Treibullah AND übö و Ach, scheiße, da war ja gar nichts mehr. Ich habe umsonst Karten verschwendet. Hättest du wegganget von da unten? Amokiste da hinten in der Ecke. Okay, es gibt doch mehr Eingänge als diese Pose. Das ist absolut krank, geil. Na, schaffen wir schon. Müssen wir jetzt durch. Wenn wir jetzt rumlaufen, dann... ...kommt dann irgendwie eine neue Falle oder so. Dann ist scheiße. Ich will Monster. Ja, schluss ich fern aus. Ja. Oh, da kommt ein Scrake. Ja, da kam es so wieder so einen richtigen Ausgang mit der meisten Spawn-Dichte. Ja, ist nichts los, ne? Der Scrake hackt da irgendwie. Oh nein, hat jemand den Granaten kaputt gemacht. Ja. Wenn man jetzt hier hinten rausgeht und dann rechts runter, auf der Treppe oben kann man auch gut abcampen. Da kommen die Monster auf uns von vorne und von hinten. Oh, da wurde Gegner jetzt vorne. Ja, und da dann halt rechts runter. Ja, das ist Scrake in der Halle hier. Ja, den schaffen die schon. Haben sowieso was zu tun. Ja, da stehen schon vier Leute für den einen Spawn. Aha. Hinter dir, warte, ich mach. Ja, von der einen Tue kommt überhaupt nichts hier. Ja, aber die Gegner muss dort kommen, wo die meisten Leute stehen. Ich denke mal, das wird mal ne Folge, wo wir wirklich mal schaffen hier. Sieht gut aus. Ich denke mal, das Team geht schon okay. Flashbound. Ja. Ja. Was? Was war jetzt los? Was war jetzt los? Ey, kannst du meine AR12 saven? Ey, warte. Wo bist du gestorben? Das war ja nicht mehr der Feel-Buddy saven, ey. Du ne Scheiße. Ich hab BM-14, ich kann nichts mehr tragen. Ich war mir so sicher, dass ich es schaffe. Wo bist du gestorben? Ja, also. Ja. Okay, nein, okay. Ey, das gibt's nicht. Wir gehen zum Trader und pushen dich dann. Oder warte. Nimm's auf. Du bist jetzt in der Nähe. Geh zurück. Wo ist denn das? Na ja, gleich da ums Eck. Scheiße. Hm, warte mal. Ich geh mal zurück. Ich guck mal. Jetzt sind wir wieder auf den Boden. Ich geh mich hier nicht aus. Ich geh mich hier nicht aus. Naja. Ich geh... Nee, ich geh zum Trader. Ja, ich kann nur 700 geben. Reicht auf alle Fälle. Aber muss das schnell machen. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Oh Scheiße. Kann auch was geben. Weil ich geh hier in die Ecke. Money. So, hast du alles. Es geht aber auf die Treppe. Oh, hab ich Glück. Ich hab alles noch gekriegt. Nice. Nur viel Kohle. Du kannst mir dann wieder was geben nächste. Ja, mach ich dann nächste Runde. Oder während dem Spiel, wenn ich jetzt nichts zu tun hab, dann kann ich dir ein bisschen was geben. Dann geb ich euch beide... Dann geb ich euch beide... 500. Ja. Ich geh mal holen. Sterb. Krass. 4x AA 12. Herz gegen Husk. Das ist ein FP. Ja. Ja, das sollte ich ja kasten. Also der Server lag der übel. Ja. Den hab ich auch heute. Ich find, wenn du nur auf einen Monster schießt, dann trifft der irgendwie gar nicht. Ja. Das kann überhaupt keine Heldschutz rein auf den Server. Das ist vielleicht, äh... von jemandem gehostet oder so. Und kein Fester. Kann auch sein. Ja, vom... vom... vom Kollegen, die es hustet liegt. Stimmt, der hat Pinkfallen. Ja, okay. Naja. Russe. Oder er hat ein Porno nebenbei an. Ne, sieht echt gut aus, wa? Erstaunlich. Lautstuhl. Ich bin auf der Anpassnahme. Ein Auto wären glätte aus. Und ein Auto wär in Granado. Ich bin auf der Anpassnahme von euch. Ich bin auf der Anpassnahme. Ein Auto werden können hart werden von euch. Ja. Ich bin auf der Anpassnahme. Dosti. Du brauchst einen? Ja, aber irgendwo in derんでinser hat er nicht. Ja unglaublich, sterben wir uns nicht. Musst du echt übelst rein sprain, irgendwie ist es total schlimm. Kack, Swerber. Weil sonst hörst du ja mal, wenn dann die Kugeln auf den Kopf treffen, dieses komische Metallgeräusch, ja. Und dann immer noch mal eine Cyber in so einer Scheiße. Nervt mich immer voll. Die Cybers sind so schlimm manchmal. Boah der U weit weg der Händler. Boah wie schlecht. Und vorletzter. Und Fuß erster. Typisch. Dachte erst Volk aber. Achso ihr braucht ein bisschen Geld, wa? Ja. Jeder falsch hier. Kannst du mich ärgern? Ja bleiben wir hier oder? Ja. Ich kauf schon wieder was und dann gebe ich euch das Geld. Oder gehen wir zurück? Ich weiß nicht. Ja ich hab den Kauf Bug. Wtf. Was ist denn der Kauf Bug? Kannst du nichts kaufen? Jetzt geht's. Ja bleiben wir hier oder? Ja ok. Ich stell mich zu dem hochfrequentierten Eingang. Komm zu mir Max. Ja ich komm für den. Ich denk mir das kommt mir schon gleich FP oder? Zwei Stück auf einmal. Zwei Stück auf einmal. Und vorgesehen auf der Hauptraum. Und passt auf die Noobs auf. Zwei FBs. Und immer und. Ja ich darf ein bisschen Granaten ja. Ja geh mal ein Double alter. Oh nice. Was heißt das? Sind's down oder was? Ja beide. He. Nur von den Granaten. Aber ich finde auch beim Supporter sind die Granaten stärker ne? Weiß nicht. Wasser mit Wasser. Kommt davon hier oben runter gesprungen ey du groß Heilung scheiße. Ja geht schon alles hier so. Ja die stacken immer ums Eck da hinter dem Holz verschlagen stacken die. Deswegen hab ich da mal hingeschaut. Ja das schaffen wir wenn wir jetzt schon die beiden FP's kaputt gemacht haben. Na ist okay. Bei den anderen ist nix los. Ahja. Es wird ein easy Bash. Ist voll langweilig. Komm gar keine Monster mehr. Ja die Pose ist ziemlich gut muss ich sagen. Auf der Map hat man das. Oh doch ich höre uns Quake. Na da ist er ja auch schon. Gib mir das Radar. Willste? Naja. Pass auf jetzt müssen wir jetzt voll der Fehler den wir machen. Jetzt laufen wir da hin und sterben. Ah na. Ja. Da muss man sich ja ein Teleporter greifen oder? Na doch nicht. Am besten warten wir aber noch ein bisschen noch oder? Na. Sehr egal. Siren. Flash bauen. Boah 3 Stück. Scheiße. Echt? Ja. Ich hab loberp ich den weg. Folg mir nur wo bist du. Ja einer läuft mir nach. Ich bin down. Na ich muss. Oh du Scheiße. Alter Alter. Du wird. Heftige Scheiße auf jeden Fall. Oh. Oh ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Oh fuck Scheiben. Alter ey. Wie schlecht bist du eigentlich. Wo seid ihr alle? Save mal meine Waffe. Fliegs ja. Oder hab ich noch Geld? Nee. Noo ey. Geht überhaupt nicht ey. Wir wären am besten da geblieben. An der Ecke. Aber 3 Flash Bounce auf einmal hier. Hab ich ihn noch nie gesehen. Ja der ist echt stark angefreakt. Kein Problem mehr. Genug Geld haben wir auch. Kann deine Waffe nicht tragen. Und bleib mal da stehen. Dann fände ich dich wieder. Ich wechsle auch auf Showtrainter. Glaub ich jetzt. Wie kostet die A12? Äh 1200. Ah. Sau billig. Voll bleib da. Ich bin gleich da. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh nice. Glück Glück. Was kommt Digga. Geh mal einkaufen. Was? Ich kann die nicht tragen. Wasser. So. Letzte Runde ne? Jo. Patriarch. So schnell A12 kaufen. Machst du auch Support? Okay. Jo jo. Vielleicht noch eine Mine. Warte. Holen wir noch die Bulb ab. Und dann. Und dann noch Pipes. Und die legen wir dann hier unten. Ich hab noch 300. Warte. Ich warte. Ich hab noch 300. Warte. Kann man keine Pipes kaufen? Da liegt noch eine Wäste. Brauch ich noch eine Wäste? Dann ist sie weg. Ich hab zu wenig Geld gehabt für eine Pipe. Wir hätten uns pushen müssen. Ich hätte alles gegeben. Ansonsten haben wir noch... Ich hab noch Earth-Granaten. Ja voll, komm hier, komm hier, hier liegt einer. Komm schnell her, hier liegt einer bei mir. Na bitte, stellt euch weiter auseinander, das ist ja Wahnsinn. Soll guck mal hier, da liegt sie, ich guck mal. Einer der Käfer hat das jetzt alle tun. Ja, haut ab hier von mir. Max kommt zur Stiege. Nächstes überleben wir. Ich hab gar nicht gesehen, wo der geschattert ist, ich war ganz woanders. Warte mal, hier machen wir mal ein bisschen aggressiv hier. Ja. Voll ruhig jetzt, ne? Ja, da ist er schon. Und dann kommt er und dann ist... Ja. Geht schon, wir chasen den gleich nach, wenn er da ist. Voll drauf und nachchasen dann. Nachlaufen. Lol. Ja. 14, 18? Nein. Ist er weg, ne? Scheiße. Wie dem Peip-Bomb-Fäuer? Ne. Dann mischt er direkt auf den Boden. Ja, er ist weg. Genau. Wo laufen die jetzt hin? Ja. Ich hab nicht gesehen, wo hingehoffen ist. Oh, ich hör ihn. Oh, ich muss nachladen. Scheiße. Okay, jetzt ficken man. Jetzt haben wir nochmal. Ja. Ja. Nochmal ne 10 Granaten reinheizen. Robert Herr Power. Ich hab nur 11 gehabt. Juhu. Sauer. Yeah. Nice. Schießend. Oh, ja. So, das war's Leute. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.